Noch haben wir Glück, dass die dann wirklich verschwunden sind. Jede Tür ist einfach eine Überwindung und jeder Spiegel ist hier kaputt und mit Blut befleckt. Immer. Quietsch! Quietsch! Wenn er die, das letzte Stück, die letzten Prozent immer so aufreißt. Ja. So. Ich guck dann mal woanders hin. Weisheit? Ich glaub Weisheit, oder? Rightness? Oder Weisheit? Die Weisheit. Hui. Ach, guck mal. Wieder die Hand. Ach, ach, der Kopf ist auch mit dabei. Kann man mal... Nee. Kann man nicht. Witness. Was hieß das? Zeuge? Zeuge? Hm. Nee, das ist... Naja. Naja, meine Englisch. Das ist... Ist noch leicht ausbaufähig. Ich... Ich filme das mal alles aus journalistischen... Beweggründen. Hallo? 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 Fliegen? Herr der Fliegen. Ach, ach, wie nett. Ach, schön. Entschuldigung, ich muss mal hier kurz über dich. Da. Alter, ist die Tür grad... Tür grad zugegangen? Den Rechner würde ich mitnehmen. Classified. Die Tür ist auch relativ verschlossen. Alter, ich geh doch jetzt nicht durch die Tür. Also jedes Mal, wenn ich jetzt durch die Tür gehe, dann dreh ich mich so um. Dann könnt ihr euch erschrecken. Ich nicht mehr. Ja! Ja! Hui. Schleifspur, natürlich. Die verwenden die wahrscheinlich einfach an jeder zweiten Wand. Einfach immer hier. So, die Entwickler dachten sich, ja, da hinten noch und hier noch eins. Und da hinten ist noch eine weiße Wand übrig. Da kann man das dann mal machen. Okay. Security Terminal ist bestimmt hier. Mal gucken, ob wir mit der Karte hier reinkommen. Hier oder da hinten, da ist der Typ eben rein verschwunden. Boah. Boah, das Spiel ist noch so friedlich. Boah, wenn wir bald dann wirklich abhauen müssen. Hallo! Moment, ich mach mal wieder die Tür zu. Sehr gut. Gut, dann können jetzt die Kreaturen nur noch mit der gültigen Schlüsselkarte hier rein. Und so intelligent sind die ja hoffentlich nicht. So, was haben wir hier? Boah, mich kratzt das überall. Das ist wahrscheinlich einfach die... Ja, wo sie tät? Das Adrenalin. Okay. Ah, okay. Okay. Wir gucken uns erstmal hier um. Da ist gerade die Konsole offen. Moment, ich ping mal kurz an. Naja. Cam01, C01, C09. Okay, da waren wir eben hier. Das ist so der Eingangsbereich, wo die Tote Wache war. Das ist vor dem Gebäude. Treppenhaus. Das ist vor dem Gebäude. Vor dem Gebäude. Okay, so weit, so gut. Mirkoff Corporation. Also, ich weiß noch nicht ganz, was die hier im Schilde führen. Aber die haben irgendwie dann wirklich die ganze Anstalt hier übernommen. Mit ihren Leuten. Ich weiß auch nicht, ob die Soldaten dann wirklich dazugehören. Say lie. Sie lügen. Weil, ist das jetzt Wachpersonal von Mirkoff oder? Wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Okay, wissen wir das schon mal. Ich dachte, da kommt jetzt einer rausgesprungen. Aber wir sind reingesprungen. Gut, gut, gut. Einen Schrank zum Verstecken ist immer gut. Wobei, als Biest würde ich als erstes im Schrank nachgucken. Naja. So, dann pingen wir mal den Hauptrechner an. Ja. Okay, wir sind drin fast. Jetzt laden wir uns nur noch kurz das Update runter. Nein, wir versuchen jetzt ins Security System zu kommen. Nein, nicht den Hauptstrom. Nein. Oh. Neues Ziel startet den Generator im Keller neu. Wir müssen es eindämmen. Verstecke dich im Schrank. Oh. Nein. Alter, was ist das? Der hat mich da runtergeschmissen jetzt. Hallo? Boah. Boah. Alter, kleines Schwein. Ich komme mir wohl wie hier in Amnesia, in Machine 4 Picks schon. Kommt der nochmal zurück? Ich gehe doch jetzt hier nicht mehr aus. Bin ich denn wahnsinnig? Habt ihr den gesehen? Mit einem Haps bin ich in seinem Mund. Super. Ja, in den... Boah, der bückt sich immer so extrem tief. Kann man auch gucken, ob die Putzfrau hier ordentlich geputzt hat. Hat sie aber nicht. Warum müssen wir denn so spielen immer in den Keller? Ich meine, der Keller ist bekanntlich sehr, sehr dunkel, sehr, sehr finster. Ja, auf dem Schild stand gar nicht, wo der Keller ist, oder? Da stand was von einer Kapelle und... Okay. Helen Grant, Group 8416, at Mirkoff Corporation.lu, betrefft Projekt Wallrider, Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Mirkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, die weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Durch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu... Oh, habe ich es jetzt weggedrückt? Was ist jetzt bei mir, oder? Gewährleisten. Ja. Hochachtungsvoll Helen Grant Mirkoff Schadensabteilung. Das wird ja immer irgendwie seltsamer, mysteriöser und unheimlicher. Aber wir müssen uns immer ein bisschen beeilen, wenn wir hier mit der Nachtsicht rumlaufen, mit dem Nachtsichtvisier, weil ja unsere Batterie immer zu neige geht. So, Telefon ist immer wieder nicht aufgelegt. Okay, wo geht es denn hier weiter? Äh, hier? Ja, okay. Hallo? Natürlich, na, 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 na. Natürlich. Die ist zu. Da hinten links waren wir ja. Klopften da so. Ich bin übrigens ein bisschen schief heute, glaube ich. Naja, ist ja egal. Seid das ja gewohnt von mir. Hm, ich dachte, da wäre einer. Sag mal, ist es hier dunkler? Ach ja. Ach, das ist Notstrom hier nur noch. Der Generator ist ja aus. Ich fürchte, diese Treppe führt hinab in den Keller. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in SCP irgendwie rein, den Treppensimulator. Oder Bioshock, wenn ich mir das mit dem Wasser so ansehe. Aber es sieht wirklich extrem nett aus, das Spiel. Das ist wahrscheinlich eines der hübschesten Indie-Horror-Games überhaupt. Wobei es Lennon Sea Rival ja auch schon echt ganz nett aussah. Okay, zu. Wir versuchen es trotzdem mal. Genau, damit die Animation nicht umsonst war. Oh, das ist fies, ey. So sieht man gar nichts. So sieht man wenigstens ein... Boah. Das ist wieder der Beweis, wie man mit ein bisschen, ein paar Geräuschen, einfach eine derartige tiefe, tiefe Atmosphäre, bedrückende Atmosphäre herstellen kann. Mukultra-Programm, CIA-Dokumenten-Nummer 190691, Seite 1, Auszug an Akte, betrefft hypnotische Experimente und Forschung 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Ach, ich muss erst mal schlucken. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht... Was? Fingerzeig? Du schläfst durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, in Klammern, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, in Klammern, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisungen genau aus, feuerte auch die, ungeladene Luftdruck, Pistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder von Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Interessant. Drücke leer, dann wende ich auf mein Hindernis, um hinwegzuspringen. Storage Room, Electric Room und Machine Room. Da will ich gar nicht lang. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Alter, wir werden so ein Problem noch kriegen. Achso, hier geht es gar nicht lang. Mit den Batterien, auf jeden Fall. Tag, wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Alter, ich erschrecke mich doch hier immer so, da kann ich nicht mehr in Ruhe lesen, es tut mir wirklich leid. Da steht auf einmal wahrscheinlich dann hinter mir einer. Oh Gott, wer hängt denn da? Da hängt auch noch einer. Oh Freunde, lasst euch nicht so hängen. Wir müssen gleich nachladen, aber ich habe Angst wirklich jetzt die Kamera auszumachen. Ey, ey, ey. Okay, hier ist glaube ich einer. Okay, noch ein zweiter. Kann man sich... Nein! 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 Ich verstehe! Ja! Na, wir wollen sie gehen. No! Na? Na? Na,契? Ja! Na? Na, die? Na? Na... Vielen Dank.